Hallo ihr schöne Menschen! Heute zeige ich euch, wie man zum Waffen gehen und das Aussehen ändern kann. Hier geht ihr am besten auf die Karte. Dann müsst ihr euren Saloon aussuchen. Das ist ein Symbol mit der Schere. Im Saloon hat es meistens einen Waffen drin. Könnt ihr anklicken? Und dann galoppieren wir hier hin, würde ich sagen. Ja hopp, alter Schimmel, komm! Hopp! Schaut mal die Grafiken, ist auch nicht geil. Morgen! Morgen! Oh, da ist noch ein Metzger. Halt schnell! Ja, ich komme. Und dann müssen wir schnell die Dinge verkaufen. Ja, da. Jawoll. Da gibt alle Kohle. Das ist alles Fleisch und Federn und Knochen von der Jagd. Ah, für die Dächer, die ich dort umlaufen habe. Es ist nicht viel, aber es rappelt sich gleich zusammen. Ja, ja, tut doch verfehlen. Es ist halt kein Vegi-Shop. Es ist nichts segretarisches. Aber ich habe ja gesehen, dass es von dir ein System gibt. Ja, ja, erzähl doch. Ja, ja. Ja, ja. Genau, meine Worte. Genau. Du weisst es. So. Schönes Tag. Schau. Jetzt haben wir genug Kohle für eine neue Frisur. Ahoi. Oh, Achtung. Vortritt da. So. Morgen miteinander. Überall Alkris. Schau mal an. Hast du keinen Bütz? Mein Gott. So. Welcome back, man. Hoi. So, machen wir da Haare. Schminken lassen wir nicht. Sieht schon gut aus. So. Was haben wir da? Haarknoten. Kurz. Glatzen. Glatzen. Ja. Scheisse. Da sehe ich aus wie eine 80-Jährige. Wie eine 80-Jährige Hure. Transe. Da kann es nicht sein. Ja, da bin ich. Eine 80-Jährige Transe. Machen wir doch. Scheisse. Hehehe. Gut. Jawohl. Ja, ich würde schon sagen sexy, oder? Mein Gott, bin ich hässlich. So Pferde, komm. So. Windschleitung würde ich sagen. Ja. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Tag. Macht's gut. Ja. Ja. Ja.